so schau mal die zählen weg schon mal kurz den so 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 ich schau mal am handy ob man alles gut versteht ob man nicht gut hört es keine probleme gibt ok scheint perfekt zu funktionieren das freut mich aber ich teile den link eben noch kurz ok 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 super ok so willkommen willkommen an alle hier ich hoffe euch geht es soweit allen gut ja ich würde sagen wir schauen uns bei den euro zum worst dollar an ich war heute noch nicht an den charts so leider 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 wer mich kennt weiß ich liebe doppelte imbalancen so nenne ich das ganze für mich und wenn wir uns mal hier den euro zum worst dollar jetzt beziehungsweise den dixi anschauen sehen wir wo der dixi reagiert hat und zudem wo er die qualität entnommen hat an die advanced academy leute ihr wisst bescheid was das bedeutet unter dem prüster lido in einem point of interest liquidität entnommen das bedeutet hier war alles klar wir haben über den heiß die qualität über den heiß sehen aber wie gesagt ich selbst war leider nicht an den charts zu london und deswegen versuchen wir jetzt mal zum jörgen reentry zu catchen genau für einen reentry möchte ich gerne eigentlich dass er uns einen move nach oben gibt das wollte ich möchte gerne wir haben jetzt die 14 15 ich möchte gerne dass er gleich irgendwie vielleicht so ein bisschen hochkommt so seine 10 pips retrace nach oben gibt das wäre schön das wäre schön wobei 10 pips ist schon weiter entfernt dann vielleicht eine 15 pips damit wäre ich auch sehr sehr zufrieden wenn ich ehrlich bin dass uns einfach so ein retrace nach oben gibt und eventuell wie kam er jetzt unter dieses low hier das bedeutet wir haben hier die slope kam da drunter dieses low war ja ok asia lowest hier und das das lowest target das bedeutet egal wie ihr euch entries definiert ihr müsst nicht genauso wie ich ein entry definieren ich will dass dieses target hier gehittet wird dieses low hier ich will dass es gehittet wird das ist mein goal euro us dollar soll zu diesem low hier kommen was mir schön gefällt ist halt wie wir bei zeit genommen haben es wird bei der liquidität entnommen daraufhin kam eine bierische structure hier unter dem low kam jetzt durch das bedeutet ab dem moment ist dieser movie interessant und mein eigentlicher point of interest ist ziemlich weit entfernt das bedeutet eigentlich hätte ich jetzt den open von diesem order block hier genommen und gesagt das ist für mich interessant so das hätte ich eigentlich an sich genommen und das ist stand jetzt einfach viel zu weit entfernt so dass er um diese uhrzeit noch einmal da so weit hoch kommt ich war duschen habe das hier so gesehen diese kleinen retrace nach okay vielleicht kommt er da hoch hat mir ein alarm gesetzt ist er leider nicht bis dort nach oben gekommen und stand jetzt sind wir von dort oben gute 21 pips entfernt so muss man 14 30 beobachten sagen ein bisschen live schauen wir uns das an ob wir irgendwo ein re-entry catchen können ob wir irgendwo die möglichkeit bekommen euro us soll den short noch zu catchen mein target ist wie erwähnt das low das wird von dem target sind wir 16 pips entfernt dort will ich ihn sehen wir können noch mal eben schauen zum dixi wo ist das für den chart layout der horror so perfekt 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 sondern nicht den nicht den btc aber meine dixi auch für die correlations so jetzt schauen wir uns mal hier den euro zum west dollar an 15 jetzt haben wir hier den haben wir auch in m 15 an und wir können hier beobachten dass wir auf jeden fall eine divergence haben so wir haben eine divergence was auch dazu passt dass wir hier in diesem fall euro us dollar short sind bedeutet was bedeutet divergence ihr müsst euch vorstellen der dollar index ist das gegenteil zum euro zum us dollar also genau umgekehrt und wenn der euro us dollar in diesem fall über die es nicht gekommen ist aber der dollar index unter das low gekommen ist haben wir eine divergence und das zeigt halt in diesem fall dann eine schwäche vom euro us dollar eine stärke vom dollar genau ich könnte gerne auch reinschreiben der chat ist offen könnt gerne reinschreiben ob ihr fragen habt oder irgendwas des weiteren ob irgendetwas wissen wollt dafür ist die chatfunktion da so nehmen wir das hier haben wir auch eine divergence so wir haben sellset genommen der markt geht hoch in diesem fall hat er nicht buyset genommen aber buyset unter über diesem high wir haben eine divergence zum dollar index er ist hier in ein point of interest reingelaufen war auch schön habe ich dem h1 hier gezeigt h1 doppelte im balans oder im 15 sieht man das hier auch und zwar hat man hier den push nach unten und er hat erstens die qualität genommen unter diesem low und er ist dort nochmal reingelaufen in diesen down move in diesem push nach unten in diesen manipulierenden move ja in der zeit bis wir warten ob uns der euro us dollar hier irgendwie ein reentry bietet ich würde sagen lass mal einfach noch in ruhe beobachten bis 14 uhr 35 würde ich sagen auch kurz frage was ist Liquidity Sweep meinst du so einfach Liquidity Grab so wenn du also wenn du einfach Liquidity Grab meinst so das ist einfach wenn Liquidität by the way ich habe ein Video zum Thema Liquidität so da erkläre ich das wenn du Liquidity Grab meinst da erkläre ich das aber ich kann nochmal drauf eingehen wenn wir jetzt hier ein Low haben ne und der Markt baut sich hier Bullish auf und viele Käufer steigen ein dann sind ihren Stop Losses unter diesem Low und das ist Liquidität und wenn der Markt unter dieses Low kommt und die ihren Stop Loss sind das bedeutet Minus machen dann wurde die Liquidität rausgenommen also ein Liquidity Grab so Liquidität wurde entnommen und in den meisten Fällen ist dann dieser Move der bewusst Liquidität entnimmt und daraufhin reagiert von Großen verursacht dass bei Großen sehen durch ihre Order Bücher hier unten sind Stop Losses von 80% der Händler oder 80% der Leute die gerade long sind und dann shorten die bewusst um die Leute hier raus zu holen und dann kaufen die bei einem billigeren Preis das wird die verkaufen um die Verkauf um die Käufer raus zu holen das wird Verkauf Position von den Käufern werden geöffnet und daraufhin kaufen die in einem billigeren Preis den Markt nach oben so das ist ein Manipulationsverfahren so das sehen wir jeden Tag an den Märkten ja noch kurz beobachten ich hoffe es war verständlich erklärt ich hoffe wir können es folgen so lass mal hier schauen so wir haben hier eine Divergence können wir auch mal markieren genau hier ist Sellside Liquidity was entnommen wurde und hier über diesem High Buy Side aber wir haben hier halt eine Divergence weil Dixie kam über dieses High hier und EURUSDollar kam nicht über das High also Dixie unter das Loader in diesem Fall so haben wir hier ich kann euch mal ein bisschen erwarten ob der EURUSDollar ein bisschen höheren Retrace uns geben kann kann ich ja ein bisschen erstmal Forex Factory abchecken das wäre glaube ich auch mal gut Forex Factory immer gern immer gern nichts zu danken ähm ich kann mal Forex Factory abchecken heute nichts heute ist Montag heute ist nichts das bedeutet wenig Bewegung eventuell sonst die Woche wir haben am Mittwoch Consumer Confidence wann hatte man das die letzten Male steht hier nicht ok ok ähm da haben wir am Freitag Core PCE Price Index das hatten wir zuletzt am 1. Dezember hören wir mal anschauen 1. Dezember ist ja nicht so lange her 1. Dezember war um 2.30 Uhr es wird 14.30 Uhr ja impulsiv kam er nach oben ähm wie siehst du Euro GBP Euro GBP war ultra clean die letzten Tage also der Markt ist so wunderschön gewesen letzte Woche ich habe den leider nur einen Trade mitnehmen können leider leider ähm aber Euro GBP ultra clean ultra clean gewesen ich hatte ja hier einen SL einmal hatte ich hier einen Take Profit einmal SL habe ich so klein gemacht nicht weil ich 0,1 PIP SL habe Freunde ähm SL ist so klein weil ich hatte breakeven gezogen aber der Euro zum Fund wunderschöner Markt also wirklich wunderschöner Markt ich verstehe nicht warum man in letzter Zeit so clean läuft oder so allgemein so schön ist ähm aber was er hier gemacht hat ne war einfach beautiful so wenn wir das ganze jetzt mal hier im H1 betrachten wir hatten eine bierische Structure er hat Liquidität entnommen nochmal eine bierische Structure nochmal Liquidität entnommen zweimal Liquidität entnommen 3er Highs Shorting of the Trust eine Distribution und er ging Short wir hatten eine Retailer Trendlinie er kam unter die Retailer Trendlinie und Retailer wollen Breakout, Retest und Shorten hat er den gemacht er kam hier hoch hat hier reagiert bei dieser Trendlinie gab eine bierische Structure und er kam unter das Low Verkaufspositionen wurden geöffnet aber es ist egal ob jemand hier gekauft hat und hier in SL kassiert hat oder ob jemand erst nachdem er unter das Low kommt verkauft weil er denkt Breakout und dann Retailer und dann geht er weiter runter und das ist seine Bestätigung am Ende des Tages werden Verkaufspositionen geöffnet und das ist das was die mehr was die Großen wollen und die Verkaufspositionen werden dann rausliquidiert das würde der Markt kam unter das Low für Retailer war es eine Bestätigung dass diese Trendlinie wirkt sie haben verkauft und dann wurden die Verkäufer rausliquidiert das hier war eine wunderschöne Accumulation die hat perfekt hier funktioniert vom Sinn und einfach nur von der Structure die war clean die war einfach nur clean diese Accumulation zur Beschriftung Selling Climax Automated Rally Secondary Test SOS ST und dann nochmal ein Test und dann Abfahrt nach oben hier Buying Climax Automated Rally Secondary Test Shorting of the Trust starke bierische Structure Verkäufer kommen rein UT kommt nochmal runter und dann nochmal ein UT AD mit einem Spike über das High und dann letztendlich Short und dann nochmal Verkäufer reingüber Verkäufer rausliquidiert und dann nach oben clean ich sag's euch der EuroGBP war clean ähm jetzt was ich zum EuroGBP denke boah das waren schon er ist halt in Weekly Fair Value Gap rein ähm hat von dort aus Bullish reagiert ähm ich hätte es schwierig zu sagen ich würde den Short sehen auch wenn die letzte Candle so ein Doge Candle war ähm ich hätte es schwierig zu sagen ich würde den Short sehen aufgrund dieser starken Accumulation in dem Point of Interest aber wir hatten Accumulation in einem Weekly Fair Value Gap und von dort aus hat er Bullish reagiert so ähm deswegen ist es schwierig jetzt zu sagen hey er kann bierisch gehen so wir haben impulsives bulliges Momentum das darf man nicht vergessen das muss man in Betracht ziehen und deswegen werde ich hier nämlich zwiespalt er kann im bierisch gehen und ähm die Imbalance bisschen füllen und dann weiter Bullish er kann auch genauso das High halten und dann neue Slow bilden I don't know so das was die letzte Woche passiert ist war ultra clean aber jetzt gerade eben ist man in so einer Phase ähm da bringt es nichts rum zu spekulieren was kann passieren was kann man erwarten ähm er kann Long Reis oder Short gehen so er kann das Slow hier halten weil er hat ein lower time frame hier Salsa Liquidität genommen hier das war um 10 Uhr und von dort aus reagiert entweder das hält der oder er reagiert hier oben um 8 Uhr den Frankfurt High und respektiert das weiter Short zu gehen dann hätten wir aber hier diese Low Resistance Highs von Retailern also den Euro GBP ist momentan meiner Meinung nach einfach ähm viel zu unklar dann machen wir mal stattdessen hier den schönen Euro Österlauf 14.30 Uhr haben wir jetzt mal schauen ob er uns irgendeinen Retrace nach oben gibt ähm ich gehe ungern in diese kleinen Timeframes aber ich glaube sollte man jetzt mal machen so 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 naja ich würde sogar sagen also ich finde es jetzt schwierig sich hier für einen Trade zu entscheiden aber er kam unter das Low und dementsprechend würde ich sagen hier oben eigentlicher Point of Interest ist viel zu weit weg ich würde die Bullish Imbalance nehmen wobei er schon dort einmal rein gelaufen ist er ist halt runter gekommen nicht unter das Low komplett und er hat das ganze hier gemitigated und hat von dort aus weiter bärisch reagiert ähm wäre schön wenn er noch einmal so weit hochkommt wir haben jetzt 14.30 Uhr um 14.30 Uhr ja noch so 8 Pip Retrace nach oben wäre clean würde mir sehr gefallen ähm aber muss er nicht ähm und da hat jetzt ein Sell limit zu platzieren wäre auch schwierig einfach nur von dem was ich mir vorstellen könnte ist dass er von hier weiter bärisch geht in den eigentlichen Target oder von hier bärisch hier rein genau mal schauen wir haben jetzt diesen Orderblock von dem Orderblock 50% sind dort von dem Orderblock 61,8% sind hier ja passt so genau ich will ihn gerne am Asia Low sehen und das ist so meine Sicht so entweder läuft es hier rein oder er geht von dort aus bärisch oder er geht weiter hoch genau und gibt es sonst noch irgendwelche Fragen bezüglich Euro, Öster oder warum ich diese Sicht habe wie gesagt es sieht für mich einfach nach einem einfachen Continue aus so entweder so entweder er hat jetzt die Slow gebrochen dieser bullische Move war für diesen bärische Move zuständig entweder er läuft hier in diese bullische Imbalanz rein oder er kommt nochmal hier oben rein in den Opener von dem Orderblock ähm und er geht von dort aus bärisch man kann es jetzt nicht zu wissen man kann es nicht wissen aber ich habe ultra Hunger ich glaube ich gehe jetzt gleich was essen ich habe noch nichts gegessen heute aber diese Diversions gefällt mir soweit ja diese Diversions gefällt mir sehr ich sollte halten ja vielleicht gibt der Dixi noch ein Retrace hier rein dann wäre es ja der Dixi Retrace hier in diesen Fair Valley Gap wäre open von diesem Down Move und vielleicht reagiert er von dort aus weiter Bullish und das wäre dann ähnlich wie Euro zum US-Dollar in diesem ersten Point of Interest genau das ist was ich sehen möchte ähm ich screenshot das Ganze einmal für euch äh schicke das in die Telegram Gruppe rein dass ihr einfach so habt meine Sicht zu dem Ganzen ähm was ich so sehen möchte genau wie läuft FIFA so haha FIFA läuft super FIFA läuft super ich bin noch viel zu schlecht in FIFA haha aber läuft super Marek FIFA läuft super bei mir ist in FIFA diese Emotion ähm die ich im Trading ähm verstecke weil ich im Trading halt ähm unemotional handeln möchte die lasse ich in FIFA raus ihr wisst nicht wie oft ich aus Rage mein Team komplett wegkaufe und damit Pexelos eröffne soll ich dieses Gambler leben dieses äh Glücksspiel leben lasse ich dann äh in FIFA raus das ist aber auch egal solange ich es nicht im Trading mache wieso glaubst du dass heute das A sehr lau genommen wird nachdem er zu London so stark bullisch war nachdem er zu London so stark bullisch war nachdem er zu London so stark bullisch war dann wird er über dem High verkauft von den großen das bedeutet die bringen ihn über das High dass äh dass äh Leute raus liquidiert werden und dann verkaufen die den über dem High stark bärisch so deswegen passt es ja wenn er so stark bullisch war aber wenn dieses bullische Szenario auch einen Sinn hatte also wenn er einfach bullisch war und jetzt hier so rum baumeln würde und er war bis hierhin bullisch dann wäre das was anderes aber in diesem Fall er kam ja über ein High ad liquidität genommen und hat eine Reaktion abgegeben und warum ich denke dass er trotzdem noch A sehr lau rausholen wird ich mach mal kurz den Daily Chart hier auf ähm also das Ding ist erstens im Daily Chart möchte ich gerne sehen er hat halt Liquidität genommen und das nächste Target ist äh die entgegengesetzte Liquidität das bedeutet wir haben hier in diesem Fall wenn wir jetzt mal ähm das aufmachen so im Dollarindex weil sieht man das viel schöner er hat Sellset Liquidität genommen und das nächste Target ist Buyset Liquidität entweder Buyset Liquidität oder er respektiert den entgegengesetzten Point of Interest und ich habe mich dazu entschieden zu sagen in diesem Fall hey aufgrund der Structure momentan möchte ich gerne sehen dass er Buyset Liquidität nimmt weil selbst wenn er bärisch gehen sollte wäre es schöner wenn er erstmal über diesen Highs Buyset nimmt und dann bärisch geht ich hoffe ihr versteht was ich meine weil wenn selbst das was gegen meine Analyse spricht dass er bärisch geht auftritt würde ich es bevorzugen wenn er erst über den Highs bärisch geht das wäre erst realistisch für mich und dementsprechend er hat Sellset genommen unter dem Low er hat eine Diversions aufgebaut und dementsprechend möchte ich dass er bis zum nächsten Target geht und in dem Euro zum US Dollar stellt halt in diesem Falle Asia Low Liquidität da weil zur Asia Range handeln Retailer und um 1 Uhr sind Retailer unterwegs dementsprechend er hat Buyset genommen für mich das nächste Ziel ist Sellset Liquidität die Frage ist nur ob er nochmal in den Point of Interest reinlaufen kann oder nicht ich denke schon ist doch möglich ist doch möglich genau ich würde ansonsten woher hast du dies wissen kannst du mir Bücher empfehlen schwierig also zum Thema technische Analysen kann ich wenig Bücher empfehlen so da gibt es meiner Meinung nach nichts was allen so in zuzuschneit Trading wirklich richtig beibringt es gibt das Buch Wyckoff Wyckoff 1.0 Wyckoff 2.0 ich kann dir die auch senden die PDFs so das ist kein Problem ich hab die schreib mir einfach auf Telegram Wyckoff 1.0 2.0 ist ziemlich gut um Verständnis für Wyckoff zu haben und für Trading Psychology gibt es halt Trading in the Zone ist ziemlich gut dann gibt es noch Trading Psychology von Norman Wells ist auch gut aber zum Thema technische Analysen ich hab da wirklich von so vielen verschiedenen Quellen Wissen aufgesammelt so einmal von einem Hedge Fund einmal von anderen Tradern einmal von Retail Tradern am Anfang noch von Support Resistance Tradern also wirklich gefühlt von allem irgendwie Wissen aufgesammelt und daraus irgendwie mein ja mein eigenes Wissen entwickelt so zum Thema Psychology hast du Bücher ja also ich hab von Norman Wells das gelesen und ich hab Trading in the Zone gelesen aber irgendwie kam ich für mich selbst zum Schluss auch wenn die Bücher ziemlich gut sind einen sehr sehr gut zum Nachdenken anregen muss man im Thema Psychology wirklich sich hinsetzen und sich Gedanken darüber machen was sein Problem ist so weil jeder von uns hat individuelle Probleme diese Bücher denken einen gut zum Nachdenken an aber ich hab halt versucht das war ja Anfang des Jahres mich selbst so stark ans Limit zu bringen so wirklich emotional hab ich bewusst mich mit gewissen Sachen belastet währenddessen ich gehandelt habe ob ich jetzt 200 Leute über meinen Account schauen gelassen habe und parallel mein Abitur Klausur Phase war was auch immer also ich hab wirklich alles mögliche genutzt um mich irgendwie irgendwie auf mich Druck aufzubauen und irgendwie zu wissen okay wo sind meine Probleme und da hab ich halt irgendwie meine Probleme alle herausgefunden und wichtig war es dann einfach die Sachen für mich zu journalen aufzuschreiben und für mich so ein kleines ich hab so ein kleines Buch für mich selber wo ich einfach so Momente hinschreibe wo ich emotional gehandelt habe zum Beispiel Don't Catch a Falling Knife war ähm da war ich noch 14 glaube ich einer meiner größten Fehler ich Gold ist gefallen 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 und ich hab versucht ihn zu fangen ich hab versucht ihn zu fangen und das ging so weit bis ich 50% Minus hatte und das war da war ich noch 14 also ich war noch ein kleines Kind so ne ähm aber ich hab die ich hab dann an meine Wand geschrieben Don't Catch a Falling Knife und immer wenn ich an mein Setup gehe lese ich Don't Catch a Falling Knife und dann erinnere ich mich an das was mir passiert ist und ich glaube sowas muss man machen man muss sich selbst irgendwie daran erinnern was man verbockt hat oder ähm wie es war wo man sich scheiße gefühlt hat um nicht mehr in die Situation zu kommen wenn du overtradest wenn du wirklich dieses Willen hast ich will nach Setups suchen ich will Setups erzwingen was auch immer ähm da musst du dich daran erinnern was das letzte Mal passiert ist als du dich so gefühlt hast als du so eine Gier in dir hattest und als du so einen Willen danach hattest irgendetwas zu finden weil ich glaube diese diese Erinnerungen die man sich dann macht ähm die sorgen dann dafür dass man sich selbst irgendwie stoppen kann und der nächste große Aspekt ist halt an sich selbst arbeiten for real Trading ist Persönlichkeitsentwicklung das ist verdammt nochmal so viel Persönlichkeitsentwicklung also wenn ich mich vergleiche vor 4 Jahren mit jetzt klar es sind 4 Jahre vergangen aber ich bin ein ganz anderer Mensch so man muss die Ruhe in sich haben man muss die Vernunft in sich haben man darf nicht man darf nicht ein Mensch sein der auch im Leben irgendwie ähm Negativität ausstrahlt man muss wirklich optimistisch sein man muss Sachen wirklich analytisch bedenken und nicht emotional auch im Leben und ähm ja vorhin FIFA ich weiß bei mir habe ich erzählt das ist eine Ausnahme aber man muss halt wirklich anfangen an sich selbst zu arbeiten weil dann wird man merken dass man seine eigene Persönlichkeit an den Charts widerspiegelt so weil das ist so ihr könnt mir eure Metatrader Historie zeigen und ich kann euch sagen was für ein Mensch ihr seid ich kann euch sagen was für ein Charakter ihr habt wenn ihr wenn ich sehe dass die Euro erst auf dem selben Level fünfmal hintereinander hinterher gesprungen seid und als ihr dann drei Prozent Minus gemacht habt nochmal drei Mal hintere gesprungen seid an einem anderen Level dann weiß ich dass ihr ein sehr gieriger Mensch seid der unbedingt seinem Willen nachgehen möchte und sehr viel Vertrauen in sich hat so und das ist halt man muss an sich selbst arbeiten an seiner eigenen Persönlichkeit und dann wird man es auch schaffen wirklich im Trading auch seinen Charakter ins Richtige zu widerspiegeln genau ich schicke das gleich rein wenn es aufgeht geht es auf wenn nicht dann nicht ich habe letzte Woche 140 Pips gecallt wenn es aufgeht dann geht es auf wenn nicht dann nicht das ist auch komplett in Ordnung ich selbst warte wenn er rein läuft soll er mir eine Reaktion geben aber ich esse jetzt erstmal was ich habe Hunger ich habe verdammt nochmal Hunger und nochmal zu der Frage wo ihr das wissen Leute ich sage es euch Chart Time so wenn ihr ich habe das was ihr braucht habe ich auf YouTube zum Thema institutional Trading das was man braucht habe ich auf YouTube ich habe die Basics alles auf YouTube erklärt und der Rest ist Chart Time wenn ihr jeden Tag für drei Monate zwei Stunden an den Märkten sitzt und bestimmte Konzepte einfach nur sucht die müsst ihr ja nicht backtesten einfach nur sucht glaubt mir das bringt euch verdammt nochmal viel das bringt euch verdammt nochmal viel weil irgendwann kommen dann diese Klick Momente genau freut mich dass ihr dabei wart 15 Personen ist echt schöne Zahl ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag mal schauen wie Euro erst Dollar aufgeht ähm seid nicht gierig wartet geduldig ab wenn er erst um 18 Uhr da rein läuft dann ist es nichts Interessantes mehr wenn er erst runter läuft und dann da rein dann ist immer noch nichts Interessantes mehr und wenn er impulsiv bullisches Momentum hat und da auch rein springt dann springt nicht irgendwo hinterher dann akzeptiert das es vielleicht falsch gesehen wurde genau let's see ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag passt auf euch auf und tschüss